Was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder die zufällige Random Waffen Skin Challenge. Es wird richtig cool, wir haben uns wieder hier richtig gezofft mit Stani. Es ist lustig geworden, zieht euch das Video gerne rein. Und mein Skin, den ich bekommen habe, der gute Michael Jordan Skin, das bedeutet für mich in dem Fall, dass ich nur epische Waffen benutzen darf. Lasst gerne einen saftigen Like da, ich würde mich darüber freuen. Vielleicht schaffen wir wieder 7777 Likes auf Ehre. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, Freunde. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl diesmal. Diesmal habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ich hoffe, mein Gefühl lügt mich gerade nicht an, so wie Stani immer uns angeübt. Das ist vom Nullpunkt. Du bist ja voll spät. Alter, ist ja spät, Leute. Ah, sorry, ich habe die letzten Tage nicht so wie du gesuchtet. Um leid. Ich habe auch nicht gesuchtet, aber diese Rifts entstehen so seit ein paar Tagen. Ja, aber nicht hier vorne, Schlauberger. Ich bin Stani, ich bin so schlau. Du bist schon lange, Leute. Ich bin so schlau, ich habe Fortnite studiert. Ich bin Standard zu dem Grill. Hm, hier ist wieder ein Gegner, das gefällt mir nicht. Darf man jetzt Waffen aufrüsten, ne? Ne, ne. Ach so, jetzt auf einmal nicht mehr aufgehen. Vorher darf man das nicht aufnehmen. Ne, aber man durfte das nie. Okay. Okay. Ja, Stani macht immer neue Regelungen. Ja, Stani macht immer neue Regelungen. Alles so, dass es immer nach seiner Nase läuft. So wie es sich für ihn immer am besten passt. Schade, dass du nicht einmal richtig an die Regeln dich halten kannst. Aber das ist halt Stani. Immer Lügen. Schade. Ja, finde ich auch schade, dass du uns wieder anlügst. So, Leute. Wenn wir jetzt keinen epischen... Oh. Die erste blaue Waffe, Leute. Blau ist halt echt easy. Das sollte eigentlich easy game für ihn werden, wenn er sich jetzt nicht blöd anstellt. Das ist safe easy game für mich. Kapune, komm schon. Ja. Ja. Leck. Ah, jetzt lag es auf einmal. Jetzt habe ich blauen Skin, jetzt lag es auf einmal. Interessant. Ich lag wirklich. Sehr, sehr interessant, Leute. Aber nur, weil ich den Fisch daraus gut hab. Leute, ich will mir die Waffe von ihm gönnen. Das ist diese... Äh, John Wick Waffe, die ist ganz nice. Nice. Shani. Was denn? Lieb wohl, Bro. Asu verlässt die Runde, Leute. das update ist da es kommt mir den schlaf leute was habe ich gesagt weg mit dem schmutz dann hat sie immer noch eine richtig eklige große klappe kommt jetzt bist du auf einmal still jetzt bist du auf einmal stil jetzt bist du auf einmal still na und dann habe ich halt potziki was jetzt ich habe was gekehlt das was du immer machst um irgendeine challenge zu gewinnen jetzt so nicht so als ob du anders bist du leute ich hätte vielleicht den letzten abhören sollen aber ich wollte einfach kurz hier mal finischen ich wollte einfach schnell finischen damit stand die angst bekommt derzeit richtig panik jetzt wird er nervös ich habe euch gesagt von anfang an ich rieche einfach den sieg diesmal wo was das für ein geräusch was passiert denn sagt derjenige da ist ständig in seine hose kackt wie oft hast du schon in deine hose heute gekackt ich glaube dreimal dreimal kurz bevor du immer vor der niederlage stand als ich immer kurz davor war den sieg zu holen gleich wird das wieder passieren im late game und da kackt er plötzlich so richtig fett in seine hose aus angst wie immer ich brauche unbedingt schockwellen oder so ganz wichtig ich brauche unbedingt schockwellen könnte hier noch den chilligen machen schwierig ich bin ich könnte noch den chilligen machen ach reden wir ruhig nach reden wir ruhig nach das kannst du doch auch am besten ich werde ich jetzt so klar zerstören ja sehen wir gleich nein ich habe den goldenen fisch gefunden wenn ich die runde nicht gewinne freunde ich komme ich brauche so unbedingt fett nur richtig also wenn ich jetzt ein griff zu schön dann habe ich gewonnen nein kein null fisch das war's das war's das war's jetzt vielleicht nur noch auf meds gehen oh mein gott digga du hast du verkackt man du hast du so verkackt stand ich komm schon noch ein noch ein einfach einfach fürs feeling ach kritisch leute ganz gefährlich ich krieg jetzt zwei epische items zwei heftige pumps einfach ich hätte was sagt ihr würdet ihr lieber die normale pump nehmen oder soll ich die aufladbare ich bin tot gleich mal kurz leise du weißt euch viel zu gerne leader guck mal wie er nervt schaden ist eine kleine nerven siegel lalalala lalalala wer bin ich digga er freut sich digga er freut sich dass er ein paar bots kill das sind keine bots du würdest hier easy verlieren stand ich würde hier so easy verlieren wir nehmen jetzt erstmal den loot mit und das geile ist wir haben noch nichts gewastet na kleine maus bist öfters hier stand ich hätte gegen dich verloren ja ich weiß du bist stark du bist tapfer du bist stolz stand ich hätte gegen dich easy verloren weil er kann nur bots jagen weißt du er wird schon längst weg gerüftet und würde sagen ich mach safe ich mach safe ich mach safe lieber safe spielen leute lieber safe spielen stand ihn provoziert nicht das ist einfach bei ihm abwehrmechanismus wenn er sieht dass er am verliehen ist dann denkt er dass er provoziert aber mich provoziert er damit nicht glaube ich nehme den flopper fisch schade dass sie zusammen hier alleine waren statt drei obwohl vielleicht hätte ich dann verkackt also eigentlich alles gut ich glaube ich versuche noch mal ein bisschen zu angeln haben wir noch ein bisschen zeit ja wenn ich doch haben wir oha was ist denn hier passiert kommt schon noch ein rift ist ja mann oh mein gott let's go ok let's go stanni ist gleich da und stanni ist gleich da und lag da nicht eine zweite epische weiß ich gerade gar nicht ich hoffe nicht weil da habe ich mich gerade zu sehr über den kill gefreut dass ich gar nicht mich fokussiert habe auf die waffen aber hätte ich noch eine zweite waffe oder so am start dann würde ich auch die charge mitnehmen easy peasy sollte vielleicht noch ein paar mats fahren guck mal stanni ist plötzlich so still weil er gerade so fokussiert ist was ist denn dein ding was machst du denn ich mache hier einfach mein ding dein ding also wir sind wirklich gut bewaffnet ich bin zufrieden eine epische waffe noch eine zweite eine smg oder sonst was also smg gibt es ja nicht aber ne keine ahnung eine scar und perfekt das wäre perfekt wenn wir jetzt noch eine scar finden ey leute stellt euch mal vor ich versuche jetzt den airdrop aufzumachen und werde runtergeschossen das wäre nicht cool kann man überhaupt bauen bitte nicht sterben mein gott bevor ich hier gleich richtig dumm weg ist ne pferde ey warum bin ich so oft jetzt auf einmal diese waffe oh hapune gibt es die fischschwärme noch zum mitnehmen hmmm oh wichtig leute oh wichtig leute wichtig leute ich bin stanni und spiele einen blown skin finde überall blaue waffen game changer game changer ich muss glück haben damit ich überhaupt eine epische waffe finde game changer game changer ich bin stanni ich wäre da gleich bei diesem fight einfach weggeflogen weil ich die einfach nicht besiegt hätte ich habe ja riss fische ich wäre schon längst weg oh damit wir safe spielen damit wir safe spielen ist okay bro da sehen wir halt wirklich die klasse von dir hier kurz heilen chat wie viele kills hat er wir müssen jetzt wirklich retalk sagen wie viele kills hat das weil sonst muss ich riften er macht mir gerade zu viele kills na stanni wie ist die luft bei dir drüben würdest du sagen die luft ist amüsant ja es wird interessant es wird interessant freunde gar nicht gar nichts interessant das wird interessant oh no oh no 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 chat fünf oder sechs blüht er mich an verdammt 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 und davon alles echte spieler nicht so wie es du shani stink nach kacke es ist leider haast du ein bisschen weniger gezichert ist das ruhig war Hast du 5 oder 6 Kills? Du hast nicht 7 Bro, lüg einmal in deinem Leben nicht Einmal nicht lügen Einmal in deinem Leben nicht lügen Ja, mein Chat lügt mich ja nicht an Und mein Chat sagt dir wirklich, dass du 6 Kills hast Lass meinen oberschlauen Chat in Ruhe Sieht nicht gut aus Da snipet jemand, ich hoffe nicht auf mich Oh no, 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 no Ich habe keine Fernkampfwaffe, ich muss in den Nahkampf Du musst reingehen, du musst rein, Essie Rein in die Olga Sonst schaffst du das nicht, du musst noch 2 Kills machen Das stimmt Er war in meiner Box und ich musste das machen Ich musste das machen Guck mal, direkt gerüttet Bro, das war so krass Ich habe ihn gefinished und habe ihn dann direkt Er kam super Weißt du was? Ich werde ihn sogar jetzt holen Das war sogar seine Niederlage, Digga Jetzt habe ich aber nicht gesehen, was er gelootet hat Beziehungsweise was er lag Er wird noch sein War ein Noob, Leute Blalalalalala, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da Ass you down. Der ist heftig. Der ist heftig. Den muss sich zustande locken. wo versteckt sich dann nicht sehr auf dem baum der typ ist einfach auf dem baum krass leute schade er hat gut editiert und dann war ein bisschen schneller als ich bro ist einfach besser Die Steini hätte mich schon längst abgebaut, aber so irrenlos bin ich nicht. Er hätte mich schon längst abgebaut. Was machst du da? Jetzt bin ich wieder gespannt, aber ich glaube ich habe einen Kill mehr. Ich glaube ich habe einen Kill mehr. Leute! Wie viel hast du? Hallo! Ich habe auch 7. Wie viel Assists? Null. Also habe ich gewonnen. Hast du auch richtig 0 Assists oder 1 Assists? Müssen wir bei so einer... Wie viel Schade hast du an Spielern? Bro, komm, lass doch einmal sagen Unentschieden. Mach jetzt nicht wieder diese eklige Taktik. Ja, Unentschieden. Wir müssen nochmal neue Runde machen. Nein, Unentschieden jetzt. Freunde, oh mein Gott. Hat er wirklich 7? Ich glaube er hat echt 7 weiter vor der 6. Ey, gerade hat er noch den Kill geholt. Warum habe ich den gefinisht? Ich hatte halt Angst, dass ich da vorverricke, wisst ihr? Also eigentlich müsste ich gewonnen haben, Chat, oder? Ja, ja. Der hat die Runde davor auch gewonnen, Leute. Okay, du hast die gewonnen. Ich habe die gewonnen. Freunde, ich habe die gewonnen. Checkt auf jeden Fall. Stanni ab unten in der Videobeschreibung. Easy Aufnahme. Easy Upload. So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Okay.